Hiho und willkommen zurück, mein lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu The Fall of the Dungeon Guardians. Wir sind immer noch auf Level 19. Dem letzten Level, was es eigentlich gibt. Ja. Alle anderen Level haben wir, glaube ich, so weit abgesucht. Und wir müssen uns jetzt mit dem da anlegen. Das ist der Skelettkönig, okay. Und der kann mit dem Schild schlagen. Das ist weniger schön. Also, egal ob ich das beim letzten Mal nicht mitgekriegt, oder? Zerschlagen, kriegt mit Wasser, das ich locken will. So, dann gucken wir mal, was können wir noch Schönes machen. Heilung ist gerade alles okay. Okay. Ja, das bringt gerade nichts zu lang, wo du ihn angreifst. Äh, zerschlagen. Schildschlagbieter. Okay, Schnitt scheint er gerne öfter zu machen. Okay. Okay, ich muss sagen, er ist nicht gerade schwach. Komm, den Schnitt, den unterbrechen wir jetzt mal. So, sieht da jetzt eigentlich noch ganz gut aus. Bis auf seine Lebenspunkte, das sollten wir im Auge behalten. Ah, die Reihenfolge bitte. So. So, und ich glaube, wir kriegen ihn jetzt down. Ja, hab ihn down gekriegt. Schädelschlüssel und... Hm. Ja, bessere Schuhe für die Lisa. Hat er sonst was bewacht? Du bist kein Knopf. Du auch nicht. Oh, da latscht ein... Skeletterbäller rum. Oh, das ist böse. Oh, das ist böse. Und dann versuch, du ihn mal umzuhalten. Wer dir die Skelette umbringt. Gut. So, da kann ich ja euch beiden was zu trinken geben. Weil trinken haben wir auch noch mehr als genug. Hm. Lauert da was? Nein. Nur ein... Secret. Oh, der sieht schön aus. Ist aber die Sorte nicht toll. Das, was er da hat. Ein bisschen. Ja, guckt mal. Seine Lebenspunkte steigen zwar rasant, aber sein Bader fällt auch entsprechend. Bei ihr. Nee, nicht wirklich. Und wir haben einen großen Mardertank hierüber, den wir da unten einsortieren müssen. Okay. Gut, der Stab ist nett, aber nicht zu gebrauchen für uns. Oh. Verbander Gargäuel. Mit einem Babyface. Oh, er tut versingen. Oh, er hat... Er hat von uns abgelassen. Auch gut. 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 Wäre sonst ein bisschen unschön gewesen für Serikal. Äh... Nein, du versenkst niemanden. Also ja, mit dem seinen Mana, das er hat... Kann ich versenken? Abblocken? Nein, kann ich nicht. Schade. Gut, das war das. Stiefel... Die nix bringen. Da hinten schleicht noch was rum. Ich bleib aber erstmal hier an der Wand. Oh, Nagas. Äh, nicht Nagas, Baselisten genutzt. Ich hab wieder vergessen, auf die Lebenspunkte unseres Tanks zu achten. Gut, den Feuerball konnten wir blocken. Das heißt... Jede Menge Schaden machen, bitte. Okay. Jede Menge Schaden. Jede Menge Schaden. Das ist okay. Ich bin ein Musiker. Ich bin ein Musiker. Jede Menge Schaden. Ich bin ein Musiker. Ich bin ein bisschen... ... oder? Okay, ich drücke halt gerade mal einfach mit den Knöpfen und hoffe, dass niemand drauf geht. So. Okay, langer Gang. Immer noch ein langer Gang. Äh, irgendwas ist komisch. Also, wenn ich auf die Fackel trete. Äh. Moment mal, jetzt bin ich wieder hier. Ja, da habe ich den Gargoyle getötet. Moment, ich werde geportet, oder? So, du pass mal auf den hier auf. Ja, ich werde geportet. Okay. Ist das jetzt nur ein Verarschmichtgang, oder? Gibt es hier auch noch irgendwas? Also ja, ich klopfe die Wände ab und gucke, ob ich einen Schalter entdecke. Oder ob das einfach nur eine Tollablenkung ist. Weil ich wüsste nicht, wie man an dem Licht vorbeikommen soll. Hier ist auch nichts. Hier sehe ich auch keinen von den komischen Knöpfen. Nö. Äh, habe ich hier geguckt? Nein, hier ist nur eine Kette, aber an der kann ich nichts ziehen. Hier kann ich auch nichts. An der Kette kann ich auch nichts machen. Und... Ja gut, da ist ein Knopf. Äh. Das Ding bringt mir auch nichts. Okay. Nachricht. Du hast einen Feuerzauberstab bei dir? Nein, gut, du brauchst die nicht. Tote Leute brauchen keine Stäbe. Gleich welcher Art. Äh, hä, hä, hä. Was? Ach, nur Baselisken. Die sind ja ziemlich nett, weil man sie unterbrechen kann. Na, der Feuerball hat er getroffen. Halb so wild. Wenn es nur einer von einem Baselisten ist, kann der ruhig treffen. So. Die taugen nichts. Wirklich. Der Knopf bringt nichts. Das bringt auch nichts. Jetzt bin ich wieder... Okay, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Gut. Das heißt, wir haben noch die andere Seite. Oh, Karte, oder? Ja, Karte. Sehr schön. Ist das Torshammer? Zwei-Händige Hammer mit mehr SPS und allem. Also, ja. Anissa, den kriegst du in die Hand. Hehe. Also, ja, gut. Wir haben eine Karte. Das ist schon mal hilfreich. Das hier ist ja auch wirklich gemein. Meine Flutsch. Wir sind hier. Ja.